Hallo, mein Name ist Lisa, ich arbeite bei Rocket Internet als PR- und Social Media Managerin. Und für mich ist die Kommunikationsbranche so spannend, weil sie aus meiner Sicht ein Innen- und ein Außen miteinander verbindet und im Kern dieser ganzen Verbindung immer ein Mensch oder mehrere Menschen stehen. Das heißt, wir beschäftigen uns im Großen und Ganzen auch mit Gesellschaft und wie Gesellschaft sich wandelt und wie Werte und Themen, die wichtig sind, sich verändern. Und auf diesen Spuren des Wandels sind wir eigentlich jeden Tag unterwegs. Das heißt, es wird uns nie langweilig, es ist sehr vielseitig und eben auch sehr zukunftsorientiert. Und ich denke, dass in dieser Welt Menschen, die diesen Gespür für Themen haben und dementsprechend auch Inhalte umsetzen können, große Chancen haben werden.